Hallo zusammen, am 4. Mai fangt die Allerländische Museumsnacht in Halle und Leipzig statt. Nachdem ich im letzten Jahr die Leipziger Museumsstraßenbahnen besucht habe, gönnte ich mir dieses Jahr den Besuch bei den hallischen Kollegen. Grüße gehen hiermit an die Straßenbahnfreunde Halle an der Saale und meine beiden Retter aus dem letzten M1-Bus des Abends, ohne die ich wohl nicht pünktlich nach Hause gekommen wäre. Doch nun genug der Vorrede, viel Spaß mit Gota Tribwagen 523 und T4D 1067. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020